guten morgen wir haben hier eine kleine preisfrage dieses kinderspielzeug hier made in hongkong oder wo auch immer an welchen berühmten radio pionier aus ist es radio glockenspiel ist es war fm ist es gar die heiße mieze aber nein es ist natürlich radio bavaria international mit joe frank und jürgen von wedel was denn sonst